Hat das auch mit gelüstet zu tun, aber nur beim Harak, nicht beim Halal. Okay, erste Sache, Aishqul Jinniyu, Aul Jinnil Insiyah. Es gibt manche Jinn, die lieben eine Frau, ein Mensch, als eine Frau, richtig ist. Die sagt ja, ich habe diese Frau richtig geliebt. Obwohl er Jinniyu ist. Oder auch Gegenteil. Ein Jinniyah, Ta'ashqu Insiy, ein Mann. Er sagt, ihr stirbt, dieser Mann. Einfach so. Und das gibt es. Das kommt auch in Shadla. Okay? Oder zweiter Grund. Wulmu Al-Inzi Yulil Jinniyu. Wulm. Wulm heißt, wie gesagt, da kommst du von oben, springst du runter. Oder machst du richtig gekochtes Wasser auf diesen Abfluss. Das heißt, in diesem Fall, du bist schuldig. Er kann zu dir reinkommen schnell. Bevor du das machst, Aul Billahi Mishnu Ar-Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Und dann machen. Okay? Oder auch springst du von oben. Und dann auf ihn. Obwohl, du siehst nichts. Die sehen uns, aber wir nicht. Und dann kommst du einfach auf ihm. Er kommt zu dir rein. Absolut. Das ist auch eine Möglichkeit. Dritte. Einfach Zulm. Er sagt, ich habe Lust, dass ich in diesen Körper reinkomme. Entweder bei einer Frau oder bei einem Mann. Ich habe nur Lust. Zulm. Von ihm. Ein Zulm. Von ihm. Er sagt, ich will diese Frau oder ich will diesen Mann. Einfach reinkommen. Ohne Grund. Obwohl er für mich nichts getan hat. Okay? Aber bei den Sachen, er kann zu uns reinkommen. Nur bei drei Halat. Drei Möglichkeiten. Erstens, wenn du richtig wütend bist. Wallahi. Wenn du richtig wütend bist, als Scheitan, er zu dir reinkommt. Dann kann man auch das merken, wenn du richtig saub bist. Oder? Dann machst du alles kaputt. Weil, wenn jemand streitet, was muss man sagen? A'udu billahi. Shaitan. Wenn jemand so sagt, Wallahi. Shaitan geht weg von euch. A'udu billahi. Shaitan. Wenn du beim Sitzen bist, dann musst du liegen. Damit du deine, diese Blut richtig kalt wirst. Und solche Sachen merkst du mir auch. Da kannst du auch, wenn du richtig sauer bist. Guck nicht ins Spiegel. Wie du aussiehst. Wie ein Scheitern auch. Wallahi. Wie auch ein Scheitern. Du kannst, sagst du, bin ich so richtig rot. Und wenn du schnuppert hast, kommt so raus. Was ich meine? So. Malachi. Warum? In unser Körper, genau wie Blut. Oder? Und gibt es Leute, die sagen, wenn du richtig sauer bist, dann einfach Wudu machen. Und dann wirst du kommen. Das ist ein Hadith und Ba'is. Mein Hadith gibt es nicht. Wenn du richtig sauer bist, mach einfach Wudu. Und Al-Ma' mit Al-Nar und dann bist du richtig kalt. Das ist nicht. Das heißt, Al-Ghadabu Shadid. Also. Das heißt, ich habe die vierte, die Reststaten von ihm. Und dann kam, eine Seite aus dem Malachi. Das heißt, ihr Prophet, gib mir eine такe, eine Nachricht. Eine calling, eine Gelegenheit. Tut mir noch nicht einmal gesagt. Das heißt, kein Verbau. Das heißt, es ist nicht so. Das heißt, ich sage mir, was mir auch nicht sagt, oh Gott, ich bin in der Fall. Ja, dass du mit ihm sagst. Ich habe ja, es gibt, du mit ihm. Die dritte, ja, dass du mit ihm sagst. bei uns ist es gefährlich in Kleinigkeiten dann nimmst du Menschen ins Fenster hier kommt zu dir als Schaitan rein schnell du weißt nicht genau was du machst viele Leute sind jetzt im Gefängnis 20 Jahre 30 Jahre wegen Kleinigkeiten ich bin nicht so aber ich weiß nicht warum habe ich das gemacht warum habe ich meine Kinder getötet warum habe ich meine Frau vom Balkon rausgeschmissen warum ich bin richtig kalt so Sachen nicht von mir und dann 20 Jahre oder so muss man aufpassen la tahtab dann noch wenn du richtig ängstlich bist kommt als Schaitan auch rein zu dir und Rasul hat uns gesagt Allah lebt ein starker Mumin starker Mumin bei was alle Sachen bei Religion bei Körperlich alles das heißt wenn du auch ängstlich bist kommt auch zu dir rein und wann bist du stark wenn du Koran im Kopf hast vier Hadithen Adhkarul Sabah Adhkarul Masah Wallahi die kommt nicht zu dir wenn du sagst nur Allahu la ilaha illaha bevor du schriftst Wallahi kommt nicht zu dir und wenn du nicht das sagst dann bist du schwach der kommt zu dir rein einfach ok al-khawf al-shadid nein manche Brüder sind die können nicht allein bleiben die müssen beim Schlafen Licht an du sagst ich habe Angst vor was was bist du Wallahi sagt nein komm mit mir ich will nur in die Küche kommst du mit mir zwei Meter hier ist Schlafzimmer hier ist Küche zwei Meter da musst du mit mir was ist das weil ich will schlafen du willst trinken was ist was hat das das zu tun Wallahi es gibt manche Brüder die sind richtig ängstlich die übertreiben oder nicht die übertreiben Wallahi weil manche Sachen die wir normalerweise ängstlich müssen sind wir wie die Löwen aber bei manche Sachen bei Dschinn und Dunkelheit nein nein ich kann nicht geh mal was hoch oder ein bisschen saturiert so drehen nein ich kann nicht morgen in die Sonne kommt und dann dritte Sache Al-In-Kibab und Al-Shahwat Al-In-Kibab und Al-Shahwat wie Leute die nur sind nur beim Trinken beim Rauchen beim Benziner beim Tanzen hier kommt auch Schaitan zu dir rein einfach schnell Wallahi denkst du das als Schaitan kommt zu uns Wallahi der kommt jetzt nicht zu uns Wallahi warum weil der wartet nur wenn wir wieder draußen gehen da kommt ein großer Schaitan halbnackt und dann schon vorbei wieder oder nicht Wallahi Al-In-Kibab und Al-Shahwat warum du bist auch bei solchen Sachen auch schwach was da قال der Resul sallallahu alai was der mu'min der richtige mu'min der macht keinen Sinan aber wenn er Sinan macht diese Iman dieses Glaube geht hoch wie ein Sahaba wie ein Wolke und der macht Sinan wann bekommt er das wieder zurück wenn er fertig mit Sinan ist dann bekommt er wieder sein Glaube und sagt was habe ich gemacht Al-Shaytan der war richtig stark als ich stärker als ich das ist das heißt Al-In-Kibab Al-Shahwat nur dein Gelüste und hier kommt Al-Shaytan zu uns rein vierte Al-Rafle Shadid Unacht Unacht Sam die ist auch richtig gefährlich Al-Shaytan einfach du bist wie ein Schweinchen ich du hast keine keine Hade Fach Unacht Sam einfach Ich verstehe was du meinst ich verstehe was für Situation Situation morgen früh ich will schlafen zwölf Uhr essen wieder schlafen Unachtsamkeit das ist kein Zweck in deinem Leben ohne also sexlos kein Hedef einfach du liefst einfach so egal was ich meine ich meine ich meine ich meine ich meine